Ja, das fünfte, was wir sagen können, die fünfte Säule sind die Rituale der Selbstfürsorge und da können wir alles ansprechen, was persönlich zur inneren Balance verhilft und in die eigene Mitte führt. Gut, ich habe einfach so ein paar Ideen mal gesammelt, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Was mir eingefallen ist zur Erdung, ist dieses viele Barfußlaufen, da weiß man vor allen Dingen, wenn man barfuß über eine Wiese läuft, lädt sich der Körper negativ auf. Und diese negative Aufladung, also dieses negative Redoxpotenzial ist für uns in der Gesundheit ein sehr wichtiges. Man kann sich auch in eine Wiese legen oder in die Natur setzen und ich merke das bei meiner Arbeit immer sehr stark, weil ich in der Praxis auch sehr viel energetisch arbeite. Ich kann an den Füßen weder Schuhe noch Socken vertragen. Ich muss die Füße immer flach aufsetzen und parallel ausrichten können, damit die Energien durch mich hindurch fließen können. Also wirklich diese Vorstellung, dass Wurzeln nach unten wachsen und ich fest verwurzelt mit beiden Füßen stehe, dann kann also auch für mich und den Menschen, der kommt, um Anleitungen zur Selbstheilung zu erhalten, dann die Energien entsprechend auch laufen. Langsames, tiefes Atmen hilft auch. Da gibt es so fünf bis sechs Sekunden, die ich einatme. Das muss man selber herausfinden, wie der eigene Atemrhythmus ist. Also deutlich langsamer als normal und mehr in den Bauch hinein und sich dabei vorzustellen, dass man ganz viel positive Energie, Licht und Liebe aus der Umgebung zu sich herholt, in sich hineinzieht. Und diese positive Energie dann zu den Körperregionen lenkt, die sich ins Bewusstsein schieben, also zum Beispiel bei sich Schmerzen oder weil es wie ein schwarzes Loch ist oder weil irgendwie das sich komisch oder taub anfühlt, weil die Energie dort nicht fließen möchte. In der Regel spürt man das nach einer Weile ganz gut, wo denn diese Körperregionen sind, die da von diesem Energiefluss regelgerecht abgeschnitten sind. Und nach fünf Sekunden kann man dann mit der Ausatmung beginnen und sich dabei vorstellen, dass alle Schmerzen, alle negativen Emotionen und negativen Energien dann nach unten abfließen. Berührungen sind auch ganz arg wichtig, da bin ich gerade dabei, auch in der Schule, den Kindern, die ich im Unterricht habe, deutlich zu sagen, dass die Berührung mit das Wichtigste ist im Leben eines Menschen und dass wir als Menschen, als soziale Wesen richtiggehend krank werden, wenn wir keine Berührungen haben. Das ist jetzt in der heutigen Zeit natürlich etwas schwierig und da kann man sich selbst behelfen, indem man zum Beispiel bei sich selbst Meridiane abklopft. Jemanden in den Arm nehmen, das ist also dann eher mal in der Familie jetzt so der Fall. Eine Massage, das mache ich in der Praxis auch, aber dann eben mit vielen, vielen ätherischen Ölen, weil da werden wir noch drauf kommen, dass diese ätherischen Öle tolle, tolle Eigenschaften haben im Hinblick auf Krankheitskeime. Ja, von Säuglingen, von Neugeborenen weiß man, da gab es schreckliche Versuche eine Zeit lang mal, dass wenn die keinerlei Zuwendung bekommen, also wenn die zwar mit allem versorgt sind, was sie körperlich brauchen, aber sonst keine Zuwendung, keine Berührung mit ihnen nicht gesprochen wird, sie nicht in den Arm genommen werden, dass solche Kinder, Säuglinge innerhalb von drei Monaten versterben. Was auch hilft, ist alles, was den Körper in Schwung bringt und Freude in den Organismus hineinbringt, also tanzen, hüpfen, lachen, singen, spielen, musizieren, gemeinsam kochen, essen, ein Duftbad nehmen, also da einfach mal der Fantasie freien Lauf lassen, alles, was so richtig aus dem Herzen rausputzelt, das ist super. Ich habe hier mal ein paar Bilder gesucht, ja, Wasser ist auch eine tolle Sache, weil Wasser, alles, was am Wasser oder im Wasser geschieht, bringt die Emotionen in Fluss, auch eben die Berührung und der Aufenthalt im Grünen. Grün steht so energetisch und emotional für die Weite, den Raum, das Wachstum, was eben Pflanzen ausmacht und wo wir tief durchatmen können. Im Wald weiß man mittlerweile, dass die Bäume auch viele ätherische Öle und Duftstoffe aussenden, die einen äußerst positiven Einfluss dann auf uns haben. Und warum das so ist, da kommen wir dann in den nächsten Teilen auch drauf. Ja, das ist auch eine Abbildung, die ich aus Facebook entnommen habe. Da habe ich mich so gefreut, dass solche Dinge auch kursieren. Es gibt vier Hormone, die es äußerst sinnvoll sind, dass wir sie aktivieren, weil die uns regelgerecht glücklich machen. Das einmal das Serotonin als Stimmungsaufheller. Das kann ich anregen in der Zirbeldrüse, dass das gebildet wird. Und auch in anderen Teilen vom Gehirn, wenn ich meditiere oder in der Sonne liege, bei Sport und Bewegung, moderater Bewegung, also nicht jetzt Hochleistungssport, sondern moderat, in der Natur spazieren. Und für die Enzyme, die bei der Serotonin-Synthese notwendig sind, wird also auch Magnesium benötigt. Das ist eines der zentralen Atome in sehr, sehr vielen Enzymen für so Stoffaufbau. Dann haben wir das Oxytocin. Das ist das Liebeshormon. Das entwickelt sich zum Beispiel, wenn ich mein Haustier streichle oder eben beim Kuscheln und bei Berührungen, wenn ich ein Baby halte oder eben meinen Lebenspartner im Arm. Wie auch immer, wenn ich Komplimente gebe. Also diese Dinge wirken da ganz stark. Man nennt es also das Liebeshormon oder das Beziehungshormon. Bei einer stillenden Mutter wird es über das Stillen sehr stark angeregt, dass das gebildet wird. Ja, dann haben wir das Dopamin. Das ist das Belohnungshormon. Also das wird ausgeschüttet, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe und dann zufrieden bin, dass es entsprechend gelaufen ist und ich es hinter mich gebracht habe. Und einfach diese Freude dann an der erledigten Sache und an dem, was da gestaltet worden ist. Es geht weniger um das Erledigen, sondern eigentlich mehr um das Freudvolle Gestalten und diese Freude, die hinterher kommt, wenn dann Dinge fertig geworden sind. Ja, diese Selbstfürsorge betreiben, also genau hinspüren, was kann ich leisten, was wird zu viel, wann brauche ich eine Pause. Dann Lieblingsessen, kochen und essen und kleine Erfolge feiern, also nicht zu große Schritte setzen, weil wenn ich dann das nicht erreicht habe, was ich mir als Tagesziel gesetzt habe, dann hinterlässt es immer ein ungutes Gefühl. Und heute haben wir ja das Problem, dass uns irgendwo oder die Herausforderung, dass es nie zu Ende ist, dass immer noch mal irgendwas kommt. Deswegen mache ich zum Beispiel das so, dass ich nur einmal morgens und einmal abends in die E-Mails, in die WhatsApp und Facebook und sonstige Dinge schaue, sodass ich da einen limitierten Zeitrahmen habe und dort eben eine Workbalance hinbekomme oder eine Workhygiene, eine Arbeitshygiene, dass ich mir nicht sinnlos Zeit verdallere. Ja, Endorphine werden ausgeschüttet. Das sind Schmerzämmer, die greifen auf die Cannabinoid-Rezeptoren zu. Die werden zum Beispiel ausgeschüttet, wenn wir lachen, also lustige Filme ansehen oder miteinander was spielen und da sehr viel lachen müssen. Gitterschokolade enthält viele Polyphenole, die das auch anregen. Und wenn ich mich regelgerecht auspower, leistungsmäßig in der Fitness, im Sport, dann werden diese Endorphine ausgeschüttet. Das weiß jeder Marathonläufer, dass irgendwann Schmerzen kommen und wenn dann weitergelaufen wird, dann schüttet der Körper die Endorphine aus in der Notsituation und dann kann man eben entsprechend noch weiterlaufen, obwohl man normalerweise eigentlich stehen bleiben würde. Ja, das Gegenstück zur Erdung ist die Himmelung. Da ist mal das Allerwichtigste, was das Bild aussagt, dass man erstmal diesen ganzen Gedankenmüll, den wir so hin und her schieben, da sagt zum Beispiel der Zellbiologe Bruce Lipton, dass wir 85 Prozent aller Gedanken immer wieder denken. Das sind also ständig wiederkehrende. Nur 15 Prozent sind neue Impulse und da kann ich Gedankenhygiene auch betreiben, indem ich mir selber ein Stoppschild setze. Und wirklich diese Psychohygiene nenne ich das in der Praxis auch immer, wenn ich merke, dass ich abschweife und in Negativspiralen hineindrifte, dass ich mich immer wieder neu ausrichte, wie an einem Verkehrsschild oder an einem Stoppschild und mich auf Gefühle fokussiere, wie Dankbarkeit, Wertschätzung, Achtsamkeit, Frieden, Freude, Fülle und vieles mehr. Also das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hier. Dass wir selber kreativ werden. Meditation in die Stille und innere Einkehr ist da sehr hilfreich. Wenn man die Augen nicht geschlossen hat, dann sollte der Blick in die Weite schweifen, dass man nicht an irgendwas sich festhält, sondern einfach driften kann. Eine Meditation kann im Übrigen auch sehr gut in Bewegung geschehen. Immer vorausgesetzt, ich kann die Seele baumeln lassen und den Geist driften lassen. Also meine besten Intuitionen, die kommen in der Regel beim Nordic Walking im Wald. Und ich hatte früher immer diese falsche Vorstellung, dass man Meditation absolut still und ruhig sitzen müsste und irgendwelche spirituellen Gesänge hören sollte, was auch immer. Und war dann sehr erleichtert, als ich dann an eine entsprechende Anleitung gekommen bin, wo die Information kam, Meditation ist alles, wo ich zu 100% ganz bei der Sache bin. Also ich kann zum Beispiel auch bei der Gartenarbeit meditieren. Wenn ich mich wirklich ausschließlich mit der Erde, mit den Pflanzen beschäftige und eben nicht über irgendwelche Herausforderungen nachdenke oder was ich morgen machen muss oder was abends noch zu erledigen ist oder wie auch immer. Die Voraussetzung ist also vollkommen im Hier und Jetzt zu sein. Und da gibt es dann die Momente, wo es eben überhaupt nicht mehr wichtig ist, was in der Zukunft noch geschieht oder was früher mal war, welche Verletzungen da sind. Das ist dann alles Nebensache. Gebete können auch helfen. So ein Herzmutra. Man muss jetzt nicht eine strenge Handhaltung haben, aber so Daumen in Richtung Herzgebend, das hilft dem Körper, wenn ich mich da berühre, meinen Fokus eben in Richtung Herz zu lenken. Und das Herz hat von der Strahlkraft, von der elektromagnetischen Strahlkraft, da denken wir in unserer Gesellschaft, unser Gehirn ist das wichtigste Organ in der Richtung. Aber das stimmt nicht. Das Herz strahlt ungefähr 5000 Mal stärker, wenn man elektromagnetische Felder misst und wir beeinflussen oder hängen mit anderen Menschen viel, viel stärker zusammen, als wir denken. Nicht über das, was wir denken, sondern über das, was wir fühlen und was wir aussenden an Gefühlen und an Wellen. Das kommt bei anderen Menschen auch direkt an. Und das ist also nicht wichtig, was ich sage, sondern was ich tue und was ich tatsächlich bin. Da möchte ich auch mal noch ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass wir viel zu häufig sagen, ich bin, in Kombination mit negativen Ausdrücken. Also ich bin traurig, ich bin müde. Mit dem Ich bin manifestiere ich genau die Energie in meinem Leben. Besser ist es, wenn ich dann mich müde fühle, dass ich das auch so ausdrücke. Also nicht sage, ich bin müde, dann setze ich diese Energie fest in meinem Körper, sondern ich fühle mich müde oder ich fühle mich traurig. in der Richtung denken, weil man dann schon sagen kann, ich bin glücklich, ich bin energiegeladen, weil diese Dinge, die wollen wir ja manifestieren im Körper. Ätherische Öle sind auch ganz wunderbar für die Selbstfürsorge geeignet. Da gibt es herrliche Duftstoffe wie Rosenöl, Lavendelöl. Da werden wir noch ein bisschen was dazu sagen. Also die wirklich ganz stark eben uns beeinflussen und die Emotionen auch entsprechend lenken. Und warum das so ist, das kommt dann in den nächsten Videos. Hier haben wir noch ein Schaubild, das ich auch aus dem Facebook entnommen habe. Also auch die Quelle leider nicht genau orten konnte. Und das zeigt so verschiedene Möglichkeiten, wie ich mit meiner eigenen Schwingung erhöhen kann. Und da seht ihr, dass alle Begriffe im Grunde in diese positive Ausrichtung zielen. Also verzeihen, lieben, dankbar sein, annehmen, was kommt, ohne zu bewerten und zu beurteilen, meinen eigenen Bedürfnissen zu folgen, die nicht zu verdrängen und damit dann auch dem eigenen Seelenweg folgen, auszumisten, dass nicht mehr benötigte Dinge sich auflösen können. Da geht es nicht nur um tatsächlich materielle Dinge, sondern auch Sachen, die ich eigentlich gar nicht mehr machen möchte, Arbeiten, die ich nicht mehr tun möchte, Menschen, wo sich die Schwingungsebenen verändert haben, wo wir einfach keine positive gemeinsame Grundschwingung mehr haben, die, wenn ich mich selber sozusagen Schicht für Schicht weiterentwickele und an meinen inneren Kern komme und andere Menschen diese Entwicklungsschritte eben nicht machen, also wirklich nicht von höher, tiefer, sondern Entwicklung von tatsächlich auch zu dem Selbst und zu dem eigenen Kern zu kommen, dann ist es manchmal an der Zeit, dass man getrennte Wege geht. Ja, Achtsamkeit, sich selbst gegenüber und auch der Umwelt. Unsere Erde braucht es auch ganz dringend und wir können ja ohne die Erde und ihre Geschenke nicht leben. Den freien Willen anderer zu akzeptieren, das ist heute ein ganz großes Thema, wenn die Diskussionen nicht mehr stattfinden können und wir gespaltene Lager haben, wo man gar nicht mehr miteinander reden kann, sondern das ist eine ganz traurige Sache, die ich da eben beobachte und dieses Stehenlassen des Anderen in seiner Überzeugung, das ist auch eine wichtige Sache. Also missionieren ist in keiner Richtung gut. Ja, im eigenen Herzen ankommen, sich mit den Dingen und den Menschen umgeben, die einem gut tun, den Körper zu entgiften, Chakraarbeit, wenn man in die Richtung denken mag, selber denken und die Massenmedien hinterfragen. Also ich habe seit zehn Jahren Radio, Fernsehen abgeschafft und trotzdem bin ich immer sehr gut informiert, weil die Informationen, die zu mir kommen sollen, die kommen auch an. Land und Himmel harmonisieren und Optimist werden. Das ist ein tolles Bild von der Resonanzakademie oder Resonanzfoundation, die der Nassim Haramein begründet hat, gemeinsam mit vielen anderen fantastischen Wissenschaftlern, wie zum Beispiel dem Marshal Leffertz, von dem auch das Bild ist aus seinem Buch. Und der Nassim Haramein, der hat tolle Forschungen gemacht, wie das Universum aufgebaut ist, ist Mathematiker, Physiker, Universalgelehrter. Und er sagt eben, die Biologie, also die Logik des Lebens, ist ein Feedbackmechanismus des Universums, um mehr über sich selbst zu lernen. Und dieser Grundenergiekörper, den wir praktisch überall in der Natur haben, das ist ein Torus, der ist hier abgebildet. Ich gehe mal mit dem Cursor drauf. Und dieser Torus ist wie ein Donut, da kommt also von unten Energie rein, die Baumwurzel zieht Energie hoch. Der Stamm ist dann praktisch dieses innere Loch des Torus und oben kommt dann die Energie raus und dann fallen die Blätter wieder runter. Dann können die Wurzeln die Energie wieder einziehen. Und so ist es also ein ständiger Kreislauf von Entstehen und Wiedervergehen. Und hier sind noch andere Bilder, sodass man sieht, dass diese Toren in der Welt unglaublich weit verbreitet sind. Wenn wir genau schauen, ist eigentlich die ganze Natur so aufgebaut und jeder Torus hat auch so eine Äquatorialebene. Und in der Äquatorialebene, da gibt es solche Spiralen, die wir zum Beispiel kennen, wenn wir schauen, wie Wasser den Abfluss herunterfließt oder wenn wir eine Galaxie anschauen beziehungsweise gezeigt kriegen, wie das aussieht durch die Teleskope, dann haben wir eben diese Spiralnebel. Wir haben unser ganzes Wettergeschehen, das in solchen Spiralen abläuft. Wenn wir Obst und Gemüse anschauen, dann haben wir diesen toroidalen Aufbau ebenfalls. Auch bei uns Menschen ist der ganze Körper so ein Torus von den Füßen, die aufnehmen, über den Körper stammt zu den Armen und dem Kopf, die nach oben dann die Energie abgeben beziehungsweise auch andersrum, eben die von unten nach oben, die Himmelung und von oben nach unten dann die Erdung. Das, was wir eben jetzt vorher auch gerade angesprochen haben. Hier ist es nochmal ein bisschen mit den Chakren gezeichnet und hier sind nochmal die Chakren auch in Blütenfarben dargestellt, so dass da dieser harmonische Übergang des Farbspektrums von Rot nach Violett gezeigt ist und da haben wir im Grunde genommen eben eigentlich schon das Farbspektrum oder die Spektralfarben dann drin. Ja, dann möchte ich mich für heute verabschieden. Unser nächstes Thema im Teil 3 wird sein, warum denn die ätherischen Öle beim Stressabbau helfen können und bis dahin wünsche ich allen ein gutes Ankommen bei sich selbst und einen wunderschönen Tag und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.